Hallo, das ist Crazy! Und ich muss jetzt ein bisschen am Bahnhof putzen. Jetzt geht es gleich ab. Ich baue jetzt gleich den Subwoofer. Ja, Mann. Pull up! Ja, Mann! Ja, Mann, jetzt ist es hier installiert. Ja, du kannst ein bisschen die Welt zeigen, dass sie Dinge sehen, wo sie auf dem Film nehmen. Du musst ein bisschen umschwingen mit der Kamera, aber nicht schnell so. Ja, jetzt haben wir noch den Subwoofer. Als Sandro gesagt hat, er bringt nichts, aber er bringt es gleich noch. Und dann müssen wir ihn jetzt installieren. Genau, jetzt geht es ab. Ja, gut. Schaut mich zu, du hast eine Chance zu draussen. Schüsse ich auch alles da. Ja, easy. Also ich komme jetzt hier im Film, ich muss es hier schnell übernehmen. Das hier. Der Balli ist nicht so gut, der Kameramann. Dann kann ich hier übernehmen, so. Dann kann man den Bahnhof schnell sichten, so. Jetzt gehört ihr den Bass, der Bass läuft schon. Seht ihr auch, der Kameramann Balli kommt jetzt ins Bild. Seht man, also wenn ihr es sonst noch auf den Zug müsst. Dann seht ihr ihr Metall-Aufzug, Gleis 1, 2 und 3. Und dann seht ihr die Leute an. Das ist die Post-Auto-Station. Und ja, ja, der schützt den da. Und dann seht ihr hier die Bass-Linie. Also die kommt von Chrisy, vom SoundCist und so. Das ist da installiert mit der Boxen, Stühle. Ja, der Subwoofer ist jetzt auch installiert. Ja, easy. Ha, 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 ha.